Okay, es geht weiter. Wir sind wieder bei so einem Kisten. Obwohl, das ist leicht. Der kommt hier hin, dann hier hoch. Dann hoch, dann da. Was, ich bleib mal hier stehen, damit wir nicht so viel Zeit verschwenden. Jetzt gehst du und kickst hier nach oben. Ich geh einmal hier rum und... Fertig. Äh, ja. Achso, das haut dich schon weg von selbst. Das ist gut. Das ist gut. Wir gehen jetzt noch da. Hier, oben sind wir. Komm her. Komm her. Äh, ja. Verdammt. Ja, geil. Komm, wir runter. Hier sind wir. Hier. Feuer doch. Du doofes Drecksting. Komm hier, komm hier. Dann locken wir den hier hin. Jetzt schieß doch. Das ist gemein. Nein. Stirb am besten gleich nochmal, dann hast du wieder zwei Leben. Das hört sich zwar sehr, sehr böse an, aber... Oh, guck mal, du hast das für den Wohl der Gruppe getan. Ja. So musst du das sehen. Ja, genau. Ich hab's für die Gruppe getan. Für mich. Weil ich bin ja deine Gruppe hier jetzt. Treff ich den? Nein, treff ich nicht. Ja, ich auch nicht. Dann nimm du das mit. Okay, dann nicht. Nein. Keiner nimmt's mit. What the? Oh, was ist das? Pass auf. Speere, alles. Äh, nicht... Säbel, mein ich. Och mein Gott. Ich bin überfordert. Kann er das nicht darüber werfen? Und ich muss gleichzeitig werfen. Das ist nix für mich. Das musst du machen, du bist eine Frau. Yeah. Ja, ja, ja. Aber wir müssen gleich zurück. Wir haben nicht mehr genug Wasser. Wir müssen gleich noch einmal neu. Verdammt. Müssen wir überhaupt hin? Ja, doch, da ist ein Weg. Ja. Leben. So. Oh, wieder in die falsche Richtung. Warte, ich hab's. Keins mitgenommen. Da sagst du, das muss eine Frau machen. Ja, ich dachte erst. Muss hier rüber. Dass sich das bewegt, weißt du, und gleichzeitig muss ich noch werfen. Weißt du, wie überfordert ich da bin? Das geht doch schon mal rein. Ich darf jetzt eine Kerze mitnehmen. Ach so. Brauch ich eine? Ich weiß es nicht. Ich nehme eine mit. Die gehen da halt rum. Ah, okay. Okay. Hier brauchen wir schon mal ein Haken. Haken. Ich glaube ja, ein. Dann gibt's hier bestimmt einen zweiten. Okay. Wieder ein kleines... Dahin, 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 nein. Dahin, dahin. Dahin. Ich hab's, ich hab's. Oben, ich... Boah, wie schnell du bist, ey. Pass auf. Ja. Der muss jetzt hoch. Schieß den mal hoch. Der hoch? Der muss jetzt auch nach oben. Boah, es leckt. Es leckt es wieder. Hallo, äh... Warte. Ah ja, okay, okay, ist richtig. Jetzt muss der nach da. Hier hoch. So. So. Zack. Und da haben wir unseren... Haken. Was sagt er denn? Was müssen wir denn hier machen, damit das passt? Komm. The pirates say their long-lost leader, Kelao Piedisbeck. Once... Achso. Achso, irgendein Ding. Okay. Irgendwas dummes. Jetzt find ich hier mal noch ein Leben für mich. Das find ich sehr gut. Kann der die auch mal aufheben? Ah, da wo es ein Leben ist. Okay. Hauptsächlich brauchen wir nur das in der Mitte. Das ist in Ordnung. Vielleicht kriegen wir alle aktiviert. Das wär sehr gut. Das wär gut. Müssen wir mal eben überlegen, wie das funktioniert. Ja. Ja, ist doch gar nicht. Also den... Den hoch. Den hier hoch. Also die beiden außen auf jeden Fall hoch. Dann den... Zweiten von links nach rechts. Nach oben. Müsste doch eigentlich gehen, oder? Warte, die beiden hoch. Dann kommen die einen beiden in die Mitte. Das wüsste ich schon mal. Guck mal, wenn wir den hier hoch ballern, hier gegen und den anderen auch hier oben hin. Genau. Dann haben wir schon mal die. Dann machen wir den unten links, der noch da ist. Der kommt hier gegen. Neben die hier. Hier hoch. Genau. Und dann beide hoch. Und dann kann man die beide hier gegen feuern. Dann haben wir aber schon mal den Schlüssel jedenfalls. Schon mal gut. Machen wir das einfach mal. Das müsste ja eigentlich mal funktionieren. So, und jetzt... Jetzt kommt der hier hin. Ja, aber wir kriegen erst mal den Schlüssel. Den haben wir. Jetzt müsste man... Wie wir das andere kriegen, kann man ja gleich nochmal überlegen. Ja. Wenn die Blöcke wiederkommen. Ich hoffe es mal... Wow. Das war ein Spiel mit dem Feuer. Ja. Ich hätte es drauf gehen können. Wir können ja mal gucken. Vielleicht kriegen wir die Leben auch noch irgendwie. Hinfalls das eine. Ah, ist doch klar. Ja, ist das so klar? Nur die Banane. Dann hast du auch wieder ein Leben mehr. Aber pass auf, wegen dem Explodieren. Warte, ich gehe einfach raus. Das andere brauchen wir eigentlich nicht. Gut. Gut. Juhu. Ah, da oben ist jetzt auch offen. Jetzt müsste da eigentlich auch... Wieso ist das nicht? Ach ja, warte. Vielleicht sollten wir jetzt auch mal lesen, was der uns sagt. Okay. Der komische Typ hier. Los, again. Okay. Mehr sagt er nicht? Okay. Wir brauchen, glaube ich, einen Enterhaken. Einen anderen. Wir müssen... Oh mein Gott, ey. Ich hoffe, es gibt noch einen. Wir müssen die Fässer holen und dann auf die Schalter werfen anscheinend. Jetzt können wir einmal zurückgehen und einen suchen. Doof. Ach du Kacke. Ah, nee. Dann müssen wir das gleich alles nochmal neu machen. Ach, nö. Wow, das war knapp. Och. Ist hier noch irgendwo ein... Ach. Enterhaken. Nein. Ey, jetzt kriegt er mich wieder hier. Das ist unglaublich. Ah, ich bin tot. Vielleicht ist da oben einer drin. Ach, hier waren wir noch gar nicht. Ach, hier waren wir auch noch gar nicht. Ach, geil. Da ist einer. Ah, aber davor brauchen wir noch einen Schlüssel. Ja. Mal gucken, damit können wir die Sachen aktivieren. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich lasse mich mal eben töten hier, ja? Ah, jetzt muss ich probieren. Geh dann kurz einmal zurück, damit ich wieder da bin. Gut. Gut. Dann können wir jetzt einmal... Ich hab keine Ahnung. Was? Okay, jetzt einer von uns muss mal eben sterben. Und dann der andere wieder zurück. Dann sterbe ich für die Gruppe. Und danach sterbe ich eben auch für die Gruppe. So, und dann einmal kurz zurück. Oder? Ah, ich komme nicht mal zurück hier. So, jetzt, jetzt schaffen wir das. Ist das immer nach dem gleichen Muster oder so irgendwie? Ja. Ich hab keine Ahnung. Oh, warte, ich gehe mal irgendwie hier. Was ist das, dass wir hier sterben? So. Okay. Nein! Geh einmal kurz unten raus. Dann haben wir schon mal... Dann haben wir schon mal... Hinweis... Dann mal... Okay. Dann geht wieder hier rein. So. Doof. Doof, doof, doof. Oh! Oh, Mann! Was ist das? Jetzt, 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 jetzt! Oh, geschafft! Oh, und da haben wir unseren zweiten. Nimmst du den mit? Ich hab den Schlüssel. Ich hab den mit. Ja. Am besten stirbst du einmal wieder, damit du volles Leben hast. Genau. Ach, was für ein schöner Trick. So, jetzt warte ich hier. Passt das? Nein! Warte, ich sterb nochmal eben. Oh, Mann! Ich komm nicht mal raus hier. Ja. Jetzt kannst du wieder drücken. Passt schon. Hier wird schon mal eine der blödesten Stellen in dem Spiel. Ich geh einfach am besten. Ja. Ja, doof, ey, dass wir den ganzen Weg hier einmal wieder zurückgeben müssen, jetzt. Ja. Aber woher soll man das wissen? Doch. Ja, genau. Das ist voll nicht mein Ding, ey. Schön, schön. So. Am besten machen wir aber eben hier einen kurzen Schnitt wieder. Gibt's hier an der Stelle da weiter.